Moin Freunde, heute möchte ich euch die 10 besten Tryhard-Spitzhacken in der Fortnite Season 6 zeigen. Also falls du noch eine richtig coole Schwitzer-Spitzhacke benötigst, dann schau dir das Video heute bis zum Ende an. Und über die Hälfte meiner Zuschauer haben mich tatsächlich noch nicht abonniert. Also tu das gerne da an der Stelle, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keine Videos hier mehr. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu der allerersten Schwitzer-Spitzhacke des heutigen Videos. Und da habe ich die Frostbite-Spitzhacke mit am Start. Diese kommt ja aus Kapitel 2 Season 5, gab es da damals in dem Frozen Legends Pack, welches man dann für 2500 V-Bucks kaufen konnte. Ist ja derzeit auch eine sehr beliebte und schwitzerhafte Spitzhacke. Und könnt ihr natürlich super mit den Frozen Skins zusammen kombinieren. Oder ihr nehmt dann zum Beispiel den Travis Scott, den Siren Skin. Das sind ja dann so auch Schwitzer-Skins, die man mit dieser Spitzhacke dann halt eben auch sehr cool und gut kombinieren kann. Dann als nächstes Schwitzer-Spitzhacker habe ich die Michonnes Katana. Die wurde veröffentlicht am 17. Dezember 2020, also kommt aus Kapitel 2 Season 5. Man könnte jetzt hier aber an der Stelle auch die Snake-Eis Katana nehmen, kommt ja ebenfalls aus Kapitel 2 Season 5. Und gibt es vor allem gerade auch im Item-Shop, also wenn ihr noch irgendwie eine coole Schwitzer-Spitzhacke benötigt, schaut einfach mal jetzt im Item-Shop rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die natürlich kaufen. Und unterstützt mich da gerne mit meinem Creator-Code, der Fruchtzwerg. Support ist kein Mord. Ich verschenke im nächsten Video auch wieder übrigens den nächsten Battle Pass. Also falls du vielleicht auch noch da irgendwie eine Chance haben möchtest, einen Battle Pass von mir zu bekommen, schreib mir schnell deinen Ingame-Name unten in die Kommentare rein. Vielleicht bist du dann im nächsten Video derjenige, der dann den Battle Pass gewinnt. Aber keine Sorge, ich verschenke natürlich auch wieder einige Skins an euch. Also einfach Ingame-Name in die Kommentare reinschreiben, da macht ihr nichts falsch mit. Und dann würde ich sagen, gibt es auch hier noch The Sword of the Day Worker. Das ist auch noch so eine Alternative, die könnte man natürlich auch noch nehmen. Ist ja eine Marvel-Spitzhacke, Teil des Bladesates, welches man damals für 2000 V-Bucks im Item-Shop kaufen konnte. Letztes Mal übrigens 24. September 2020 im Item-Shop gewesen. Also jetzt auch schon so ein bisschen her. Schreibt mir am Ende des Videos auch gern da mal in die Kommentare rein, welche Schwitzer-Spitzhacke euch so heute am besten gefallen hat. Und welche ihr vielleicht persönlich auch selber habt und spielt. Die nächste Spitzhacke ist dann die Axtral-Form-Spitzhacke. Und das ist ja eine Battle Pass-Spitzhacke aus der jetzigen Season. Gibt es da ab Stufe 78 freizuschalten. Und ich persönlich finde, das ist nochmal so eine Upgrade-Version von der Phantasmic Pool-Spitzhacke. Also schaut halt eben genauso aus wie diese, nur halt eben nochmal in einer anderen Version. Und dann könnt ihr natürlich auch, was ich mir gut vorstellen könnte, den Galaxy-Skin dazu kombinieren. Vor allem, weil die Spitzhacke ja auch so in diesem Stil ist, wie das so auch der Galaxy-Skin hat. Also probiert es einfach mal aus, insofern ihr natürlich da den Galaxy-Skin habt. Aber könnte ich mir da auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Als nächstes habe ich dann hier die Gold-Eisen-Spitzhacke. Mit am Start ist ja eine weitere Variante von der Brecherstange, die es in Kapitel 1 Season 5 gab. Ihr wisst, die Challenges von hohes Risiko und so, da gab es dann auch entsprechend Belohnungen. Da muss ich, denke ich, nicht viel mehr sagen. Habe ich ja schon des Öfteren in meinen Videos thematisiert. Die Gold-Eisen-Spitzhacke gab es da aber dann etwas später. Und zwar in Kapitel 2 Season 3. Im Double-Agent-Pack wurde da am 10. Juli 2020 das erste Mal dann im Item-Shop freigegeben. Und das letzte Mal kam die oder das Double-Agent-Pack am 19. Juli 2020 hier raus. Ist also auch schon wieder ein bisschen her. Bin ich gespannt, ob wir die Spitzhacke dann irgendwann nochmal bekommen können. Aber so wie ich Epic Games kenne, wird es diese Spitzhacke dann irgendwann auf jeden Fall nochmal geben. Kann ich aber auch nicht versprechen. Dann habe ich hier als nächste Spitzhacke die Candy-Ex mit am Start. Ist ja derzeit einer der teuersten Spitzhacke, die es so gibt. Für 1500 V-Bucks bekommt ihr die immer mal wieder im Item-Shop. War ja damals vor allem eine extrem seltene Spitzhacke gewesen. Kam dann aber irgendwann zum Winter wieder herein. Und seitdem kommt sie dann auch regelmäßig zum Winter in den Item-Shop. Also wenn ihr die noch irgendwie braucht, ihr sie noch nicht habt, wartet einfach auf den nächsten Winter. Dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es die da auch wieder zu Weihnachten spätestens geben. Dann als nächste Spitzhacke. Und das ist so eine Spitzhacke, die wirklich nur die wenigsten Leute von euch haben. Es ist die Champion-Spitzhacke. Ungefähr 50 Fortnite-Spieler haben diese Spitzhacke bekommen, wobei da nur die besten Spieler in Fortnite dazugehören. Denn die gibt es ja nicht so im Item-Shop zu kaufen, sondern die gibt es dann halt eben nur im FNCS-Turnier zu gewinnen. Also da meinen allergrößten Respekt an die Leute, die diese Spitzhacke bereits bekommen haben. Ich werde die auf jeden Fall nie bekommen. Aber wer die Spitzhacke halt hat, der kann damit ordentlich flexen und angeben. Und schreibt mir mal da in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht ja auch die Spitzhacke habt. Oder ob ihr jemanden kennt, der diese Spitzhacke hat. Das würde mich mal interessieren. Das auf jeden Fall jetzt hier an der Stelle zu dieser Spitzhacke. Ja, ihr seht, als nächstes haben wir dann hier den Golfschläger mit am Start. Kostet 500 V-Bucks, benutzen viele YouTuber, viele Streamer. Sie ist natürlich sehr günstig, also wenn ihr jetzt nicht so viele V-Bucks habt, gönnt euch die Spitzhacke auf jeden Fall. Wenn sie dann mal im Item-Shop reinkommt, natürlich nur, wenn sie euch gefällt. Passt vor allem gut zum Siren-Skin, zum Aura-Skin, zum Travis-Scott-Skin. Also da gibt es zählige Spitzhacke-Skins, wo man diese Spitzhacke dann dazu kombinieren kann. Müsst ihr mal selber schauen, was euch da am besten gefällt. Ich wurde inzwischen auch wieder von vielen von euch gefragt, wann ich denn mal wieder richtig coole Schwitzer-Skin-Kombis raushaue. Ich bin da momentan noch so ein bisschen am Schauen, was es vor allem in dieser Season so für coole Skin-Kombis gibt. Also seid gespannt, es wird auf jeden Fall kommen. Und falls ihr vielleicht ja auch noch eine richtig coole Skin-Kombi habt, schickt es mir da einfach auf Instagram zu, per Screenshot. Einfach dazu schreiben, was es für eine Skin-Kombi ist. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wird sich da in der Zukunft da einiges ergeben. Und dann wird der ein oder andere von euch da auch mit am Start sein. Insofern die Skin-Kombi dann auch entsprechend aussieht. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mit der nächsten Spitzhacke weiter. Und das ist hier die Harley-Spitzhacke. Das ist ja eine DC-Spitzhacke von dem Gotham City-Set. Wurde veröffentlicht am 7. Februar 2020, also kam das erste Mal da in Kapitel 2 Season 1 heraus. Das letzte Mal gab es sie am 22. August 2020, ist also da auch leider schon so ein bisschen her. Ist übrigens auch eine 800-Wieberg-Spitzhacke, also gar nicht so teuer. Aber wir wissen leider noch nicht, wann die Spitzhacke dann mal wieder zurückkommen wird. Da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben, abwarten. Ich kann euch da leider auch nicht genau sagen, wann es diese Spitzhacke dann mal wieder im Itemshop geben wird. Aber da müssen wir dann einfach mal schauen. Ich bin mir sicher, dass Epic Games sie früher oder später wieder dann in den Itemshop freigeben wird für uns. Als nächstes, seht ihr es auch schon, haben wir die Leviathan-Axt mit am Start. Das ist ja auch jetzt gerade in der Fortnite Season 6 so eine Spitzhacke, die ordentlich nach vorne gekommen ist. Die da nochmal einen Sprung gemacht hat, die einfach richtig beliebt geworden ist. Bei der Fortnite-Community wurde veröffentlicht am 4. Dezember 2020. Gab es da das erste Mal in Kapitel 2 Season 5. Das Besondere ist übrigens bei der Spitzhacke, dass sie reaktiv ist. Das bedeutet, dass sie sich in Abhängigkeit von bestimmten Dingen im Spiel verändert oder auch entwickelt. Also sie reagiert da entsprechend. Und das ist auf jeden Fall nicht bei jeder Spitzhacke der Fall. Es gibt sogar auch ein Emote mit dieser Spitzhacke. Das ist hier das Frostschub-Emote. Ist ziemlich cool, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann kommen wir wohl zu der beliebtesten Fortnite-Spitzhacke, die es momentan so im Spiel gibt. Die Rede ist hier von der Sternenstab-Spitzhacke. Kostet 800 V-Bucks. Also finde ich halt vom Preis her voll okay. Wurde das erste Mal am 18. Juli 2019, also in Kapitel 1 Season 8, freigegeben. Und die gibt es auch relativ häufig im Itemshop. Was natürlich da ziemlich praktisch ist für die Leute, die sich diese Spitzhacke da halt eben noch kaufen wollen. Ich finde auf jeden Fall, mit dieser Spitzhacke könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr euch die kauft. Und wenn ihr das tut, unterstützt mich da gerne mit meinem Creator-Code, der Fruchtzweck. Dann kann ich halt eben auch mehr Gewinnspieler an euch raushauen. Denn ich möchte euch natürlich da als Dankeschön dann auch immer wieder was zurückgeben. Und jetzt schreibt mir auch mal in die Kommentare rein, welche Spitzhacke dir so heute aus dem Video am besten gefallen hat. Was ist da so dein Favorit? Und welche Spitzhacke spielst du vielleicht auch am meisten? Lass es mich gern wissen. Würde mich interessieren. Lass mir dann jetzt noch ein Däumchen nach oben da, denn das Video war wieder auch einiges an Arbeit. Also würde mich da supporten, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das war's für heute. In dem Sinne macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.